1, 2, 3, 4 Ich grüße euch. Ich zeige euch heute einen coolen Grundrhythmus und den spiele ich noch mal langsam einmal durch. Das komplette Muster. Damit ihr noch mal das Muster hört. 3, 4 Im Grunde spielt ihr mit den Händen jetzt mal unabhängig von der Verteilung auf Höhe und Bass spielt ihr So und nun verteilt ihr das auf die Trommel. Und das haben wir jetzt hier in dem Rhythmus so gemacht wir haben dreimal den Durchgang und einmal hinten dran. Also ich mache es mal noch mal vor. 3, 4 Nochmal 3, 4 Alright Das ist der ganze Rhythmus und du kannst es selber verteilen und auf der Trommel je nach deinem Bedürfnis nach deinem Belieben und ich empfehle dir einfach dich mit dem Muster vertraut zu machen so dass es ja sozusagen ja nicht automatisch aber so doch recht selbstverständlich aus deinen Händen herauskommt. Okay zum Schluss des Videos spiele ich noch mal den Rhythmus mit ein paar Variationen einfach als Anregung und ich wünsche euch viel Spaß beim Trommeln. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020